Bushido, 44, widmet seiner Anna Maria, 40, eine Hommage. Der Rapper und die Schwester von Sarah Connor, 42, gehen schon seit zehn Jahren gemeinsam durchs Leben und haben sieben Kinder miteinander bekommen. Die Zeit war auch geprägt von einigen Tiefen in Anis Leben, in denen Anna Maria ihrem Mann aber nie von der Seite wich. Dafür will er Danke sagen. Bushido brachte jetzt einen emotionalen Song heraus, produziert für seine Frau. Am Freitag um 0 Uhr relaaste der 44-Jährige seinen Song Jupiter Ring. Darin lässt der Musiker die Vergangenheit mit seiner Frau Revue passieren, von der Hochzeit über den Tod seiner Eltern bis zu den schwersten Krisen seines Lebens und der Geburt seiner Drillinge vor ein paar Monaten. Ihr seid mehr als mein Leben, als mein Fleisch, als mein Blut in den Venen, rappt Bushido. Vor allem sagt er Danke für Anna Marias jahrelange Unterstützung. Kurz vorm Ertrinken warst du wie ein Rettungsring da. Kurz nachdem der Zeiten ändern dich Interpret seinen Song veröffentlichte, teilte er einen Ausschnitt seines Musikclips auf Instagram, den er mit den Worten ich liebe dich versah. Auch Anna Maria kommentierte öffentlich, wie gerührt sie von dem Song ihres Liebsten ist. Danke mein Schatz und ich bin sprachlos, schrieb sie bewegt. Danke mein Schatz und ich bin sprachlos.